Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Christian Polanz. Wenn du an Tanzen interessiert bist, wenn du Fitness- und Ernährungstipps willst, dann bist du hier genau richtig. Ich zeige dir aus meinem ganzen Erfahrungsschatz, was du machen kannst, um wirklich fitter zu werden, um Spaß am Tanzen zu haben. Und zwar egal, ob du ein Anfänger bist, ob du ein Profi bist oder irgendwas zwischendrin, hier findest du genau das Richtige für dich. Was genau erwartet dich hier? Ich habe mich dazu entschieden, meinen ganzen Content, mein Know-how der letzten Jahre frei für dich zur Verfügung zu stellen. Ich möchte, dass du mit Spaß tanzen lernst. Ich will dir zeigen, wie Fitnessübungen richtig gehen, wie du dich richtig auspowern kannst und zwar alles zu Hause in deinen eigenen vier Wänden. Und dann werden wir gemeinsam wirklich viel Spaß haben. Wenn irgendwas davon bei dir Klick gemacht hat, dann abonniere jetzt den Kanal, drück auf die Glocke, lass mir gerne Kommentare hier, damit ich auch weiß, was dich noch mehr interessiert und wie wir den Kanal für dich noch besser machen können. Ich freue mich auf dich, wir sehen uns.